Ich wollte mich weiterbilden. Außerdem sollte man früher alle fünf Jahre Fortbildungskurse machen. Hat Ihnen die Fortbildung etwas genutzt? Ja, besonders nützlich waren die Sprachkurse in Deutschland. Ich wollte mich weiterbilden. Außerdem sollte man früher alle fünf Jahre Fortbildungskurse machen. Hat Ihnen die Fortbildung etwas genutzt? Ja, besonders nützlich waren die Sprachkurse in Deutschland. Ich wollte mich weiterbilden. Außerdem sollte man früher alle fünf Jahre Fortbildungskurse machen. Hat Ihnen die Fortbildung etwas genutzt? Ja, besonders nützlich waren die Sprachkurse in Deutschland. Ich wollte mich weiterbilden. Außerdem sollte man früher alle fünf Jahre Fortbildungskurse machen. Hat Ihnen die Fortbildung etwas genutzt? Ja, besonders nützlich waren die Sprachkurse in Deutschland. Also ceremoniesaden die Sprachkurse in Deutschland. Tschüss- Und – Untertitelung des ZDF, 2020